Herzlich Willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen bei Musotalk ausgefragt. Heute habe ich Gelegenheit, Ingo Bischof auszufragen. Hallo Ingo. Hallo. Viele werden dich ja noch kennen. Du bist Gründungsmitglied von Carthago, hast lange bei Kran mitgespielt, also kannst auf eine unglaublich lange Karriere als Musiker zurückblicken. Und jetzt hast du aber was Neues am Start gebracht, eine neue CD. Liegt hier auch, ne? Ja, die liegt hier auch. Reconstructed. Heißt Reconstructed, das ist mein Debütalbum, nach so langer Zeit natürlich erstaunlich. Aber ich hatte halt Bock, es hat halt ein bisschen gedauert. Ich brauchte irgendwie einen roten Faden, der durchgeht. Und da ich ja als Musiker relativ vielseitig bin, war das nicht so einfach, einen Stil zu finden, wo ich mich jetzt drauf zu bewegen kann. Dann habe ich ein paar Blazerlicks probiert und dann richtige Blazer eingeladen, dann haben die wunderschön dazu gespielt. Und so hatte ich dann irgendwie einen durchgegangenen Faden. Die Blazer machen ja schon eine spezielle Atmosphäre. Sophisticated, klingt ein bisschen teurer. Also du weißt, was ich meine. Ja, die meisten Cubase-Kinder, die nehmen dann irgendwie so ein paar Samples, ne? Ja, aber das ist nicht so schön, die richtigen Blazer sind super. Und mein Mitproduzent Hüsin hat das auch sehr schön hingekriegt. Und die habt ihr in den richtigen Tonschulier natürlich aufgenommen? Ich habe zu Hause alleine angefangen, die ganzen Stücke geschrieben, aufgenommen. Dann bin ich hierher zur Ramisch, dann haben wir hier die Blazer aufgenommen, ein paar Stimmen aufgenommen, die Sounds noch ein bisschen verfeinert. Und dann bin ich nach Darmstadt zu Hüsin und da haben wir das dann fertig gemacht. Noch ein paar Drums drüber gespielt, richtigen Bass nochmal drauf gespielt, ein bisschen Percussion drüber, auch noch ein paar Stimmen, ein paar Effekte. Und wie würdest du das jetzt rückblickend einschätzen, wie sehr hat sich das Musikmachen für dich verändert, wenn du zurückblickst an die Zeiten mit Kran zum Beispiel, wenn ihr da Studioaufnahmen gemacht habt oder getourt seid, was ist denn dann in der ganzen Zeit jetzt passiert? Welches Jahrzehnt meinst du? Wollen wir mal, wir haben ja am Anfang schon kurz darüber gesprochen, das Krautrock-Zeitalter ist ja so Ende der 70er. Ach, das war schon Anfang der 70er. Anfang der 70er, stimmt. Ja, genau, 69 sogar schon. Na klar, alles, was deutsche Rockmusik spielte, war für die Engländer Krauts. Und so war halt Krautrock geboren, obwohl meine Bands, wo ich spielte, also Kartago, Kran und Guru, Guru, eigentlich nichts mit Kran zu tun haben, aber das war den Engländern und Amerikanern dann egal. Vielleicht habe ich dich ja mal live sogar gesehen. Ja, bestimmt. In der Jahnhalle in Breisig habe ich da, glaube ich, Kran mal gesehen. Das kann total sein. Ja, klar. Und wie ist denn jetzt so der Unterschied, die Arbeit im Studio, wie hat sie sich verändert, deine Meinung nach? Ja, früher gab es ja diese ganze Technik noch nicht, Computer, da hatte man noch die dicken Bandmaschinen, wurde alles live aufgenommen, da konnte man nicht so viel editieren. Man musste ins Studio gehen und die ganze Band musste ein Take, das durchziehen. Anders ging es nicht. Dann hat damals so eine Produktion mindestens 120.000 Mark gekostet. Heute mit der Technik, die wir heute haben, ist es ja ein Klacks. Also jeder 15-Jährige hat ja schon sein eigenes kleines Homestudio. Wenn es ihn interessiert, das ist für kleines Geld zu haben und da hat sich schon sehr viel verändert. Und die Herangehensweise, du hast es ja kurz gesagt, die Band musste ins Studio gehen, musste eigentlich schon eingespielt sein. Man musste Proben vorher, jeder musste alles können und der Groove musste stimmen, kein Verspieler. Das ist eine ganz andere Basis als die, wie sie heute haben. Ist das für dich, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, vielleicht ein Nachteil, dass wir heute diese ganze Technik haben, dass wir quasi alleine schon mal erstmal alles so im Unterausschluss der Öffentlichkeit produzieren? Früher wurde ja viel, die Musik immer live gespielt. Also die Bands, die aktiv waren, hatten ihre Gigs, waren drin, haben auch vor Publikum gemerkt, welche Tracks gut funktionieren, wo in den Stücken irgendwo ein Hänger drin ist. Das fehlt doch heute. Ist das ein Nachteil? Für mich ist es kein Nachteil, weil ich bin ja noch einer von denen, die noch spielen können. Das heißt, für mich ist das eine tolle Hilfe, großes Hilfsmittel. Ich kann die Sachen zu Hause dann ordnen, einüben und dann live die Sachen spielen. War es denn wirklich so, dass ihr damals nicht mal ein Punch-In, Punch-Out gemacht habt beim Multitrack? Naja, das war noch nicht so einfach. Schlagzeug ging zum Beispiel gar nicht. Bass ging mal, bestimmte Sachen ging schon, aber das war sehr begrenzt. Das heißt also, wenn einer einen Fehler gemacht hat, musste er wieder von vorne spielen. Konnte man sich also wirklich den Ärger seiner Mitmusiker zuziehen? Aber absolut. Und dann hat es immer noch nicht geklappt. Und dann machst du auf einmal einen Fehler, den du vorher nie gemacht hast. Das ist also schon ein bisschen tricky, da braucht man starke Nerven. Aber wenn man jung ist, hat man das eher. Ich meine, ich habe es heute auch. Man lernt das dann halt. Und wie hast du jetzt gearbeitet? Du hast mir das im Vorgespräch schon erzählt, ein Logic auf dem Apple. Logic Pro auf dem Pro Mac, ja genau. Benutzt du primär auch virtuelle Instrumente? Ja, natürlich, ja klar. Aber nicht für live, nur für Studio. Live kommen diese Plugins nicht so gut, haben nicht die Power. Das würdest du sagen, das merkt man dann schon. Da braucht man noch richtig hier Hardware, zack. Was zum Tragen. Ja, es ist so, es ist wirklich so. Und als Einspiel-Keyboard nehme ich an, hast du auch was amtliches. Einen Spiel-Keyboard habe ich eine Cork Wave Station. Ganz normales kleines Cork Wave Station. Das reicht völlig. Die hat ja nicht mal eine richtig gewichtete Tastatur. Nein, hat es nicht. Live habe ich so ein Nordstage-Lied-Klavier mit Orgel drin, auch sehr schön. Aber für die Produktion reicht das Kleine wunderbar. Und das heißt also, wenn du das Layout gemacht hast, wie hast du das zum Beispiel mit den Bläsern gemacht? Hast du die vorher schon mal? Das habe ich vorher gespielt, auf meinem Synthi. Dann kam Gerald Mayer, auch aus Berlin. Der fand das gut. Ich habe ihn gebeten, das zu arrangieren. Dann hat es wunderbar arrangiert. Und dann kamen die hier zu dritt an. Und dann haben wir die zwei, drei Mal übereinander spielen lassen. Und das ist sehr schön geworden.